Tim fragt Pete Smeet, was würde dir ein Jahr lang ohne Strom machen? Ich würde ein Jahr lang ein Stück was probieren. Na natürlich nicht. Ganz ehrlich, wenn ein Jahr ohne Strom kommt, würde sich wahrscheinlich mein komplettes Leben darauf ändern, in der Umgebung auszukommen, in der es keinen Strom gibt, logischerweise. Also würde ich halt dann all das tun ohne Strom. Ich würde wahrscheinlich aber auch unfassbar viel lesen, also in Büchern. Weil, warum nicht? Ein Jahr lang ohne Strom ist halt echt hart. Ich glaube, man wäre dann ein kompletter Survival-Künstler oder sowas. Und ja, keine Ahnung. Ne, also keine Ahnung, ein Jahr lang ohne Strom ist halt, ja, ein Jahr lang irgendwie ohne Strom versuchen zu überleben. Das bedeutet, am wichtigsten ist tatsächlich, glaube ich, der Kühlschrank, der dann wegfällt. Weil, naja, man kann halt theoretisch auch immer noch grillen oder ein Feuer machen oder sowas, ja, wenn man das dann gelernt hat. Also da kann man sich immer noch zu essen machen. Das Problem ist halt wirklich die Kühlung, die dann halt nicht vorhanden ist. Äh, ja. Und natürlich kein Strom für PC, für Handy, für alles. Ist halt auch hart. Ich brauche eine riesige Powerbank dann. Also ohne Strom ist natürlich schwierig. Jetzt mal abgesehen von hier PC und all so einem Kram ist natürlich Kühlschrank und sowas echt kacke. Ich hatte in Nippes mal, als ich da eingezogen bin, hatte ich noch kein Gefrierfach. Das war schon scheiße, wenn du nichts einfrieren kannst. Wenn du nichts in den Kühlschrank stellen kannst, ist das, glaube ich, richtig ätzend. Ähm, tatsächlich habe ich damals irgendwie, ich glaube, zwei Monate kein Internet gehabt. Das ging eigentlich voll klar. Ich habe wieder angefangen, so Sachen wie Bücher zu lesen und so. Äh, ich glaube, dass das wäre dann wieder ein schönes Hobby. Ich habe sowieso viel zu wenig Zeit zum Lesen. Und ansonsten, ja. Also die Kühlschrank-Situation, die ist natürlich noch echt kacke. Also Lebensmittel aufbewahren wird natürlich schwierig. Dann müsste ich, äh, ich würde eine ganze Menge Strom Geld sparen, weil für Strom geht eine ganze Menge drauf im Monat. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich würde verzweifeln. Mein Aquarium würde auch drauf gehen. Wäre auch doof. Ähm, ja. Ohne Strom wäre nicht cool. Ich habe jetzt echt ein bisschen überlegt und mir fehlen ein paar Sachen ein, ähm, die ich jetzt quasi ohne PC machen würde. Ohne, äh, einen regulären Tag quasi. Aber, ich glaube, da ja alles wegfällt, sowohl, ähm, Wasser aus der Leitung, weil das kommt ja übers quasi Strom, also es wird ja über eine Pumpe betrieben, die Strom getrieben ist. Ähm, kochen muss ich über ein Feuer, weil ist ja auch nicht mehr. Ähm, Auto ist ja quasi auch nicht mehr. Das heißt, ich muss überall hinlaufen. Das ist ganz schön schwierig. Also sowohl, ähm, also man hat ja dann quasi keine Arbeit mehr, weil zur Arbeit kommt man quasi nicht. Und die Arbeit kann man so gesehen ja auch nicht mehr ausführen. Also ist man ja quasi wie in der Wildnis. Also ist ja wie eine Apokalypse quasi. Und, ähm, ja, da muss ich erst mal drauf klarkommen. Muss irgendwie versuchen, mich, äh, selbstständig zu versorgen. Das heißt, ähm, den Supermarkt wahrscheinlich plündern. Ähm, ja, und dann gucken, dass ich mich irgendwie am Leben halte. Äh, mit Feuer machen und so. Ist ja auch schon schwierig. Ähm, halt, Feuerzeuge gehen zwar eine begrenzte Zeit lang, aber auch nur eine begrenzte Zeit lang. Ähm, und irgendwann muss man es halt irgendwie anders hinkriegen, Feuer zu machen. Pff, also ich würde wahrscheinlich einfach gucken, dass ich überlebe. Weil ein Jahr lang ohne Strom, ohne Scheiß, ohne jeglichen Strom, auch von irgendeiner Quelle. Also du musst ja auch Wasser holen gehen. Da muss ich jetzt mal Wasser finden. Da muss ich das filtern, reinigen, damit ich nicht direkt jeden Scheiß kriege. Ganz schön hart. Da muss ich jetzt mal was.